Hallo, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ultimate Chicken Horsi Mit dabei mit Jordan Mit Dominic Ich glaub Felix Fußbos Daumito Kommen wir ins Ziel? Ey Felix, du siehst Mach, mach, mach Marcel Moin Die Schalange hat sie ins Ziel geschafft Schalange? Ja Schalange Easy Digga Schalange Dick Jordan, du hessische Jordan, hör auf Boah Tschüss Ich bin einfach stumpf runtergefallen Gat Was denn? Ne Ab gehts Dominik macht Kleber Mach Kleber Was für Dominik Achso John Wer auch immer den Kleber hat Wer auch immer den Kleber hat Pack den da oben auf das drehende Teil drauf Das ist Marcel Marcel pack Du hast es verstanden Lern mal Lern mal die Namen Zu lesen Ja ich habe nicht gecheckt wer was ist Ja Achso Was war Los Scheiße Nein Warum bin ich gesprungen Oh Marcel Ach Felix Deine Fallenpunkte Scheiße Geil 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 Ne Dominik Ne 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 Wie wahrscheinlich ist das Wie Wie ist es Wie ist es Quick Hä Warst du Quick Ähm Nice shot Ja Es ist mich Bist du der Dreadpack jetzt nicht kommen Oh nein Oh nein Oh nein Hier Im Mund Let's go Es ist actually clever Aber auch nicht Ich weiß es nicht Ach Digga Mann Was ey Super derber Oh 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 Belastend Hahaha Was Alle tot Hahaha Ja Dieses schwarze noch carried Digger Bien Bien Hahaha Ja Doppelbiedel Ach Digger Nichts verwidert Doppelbiedel Komm du eins rechts Ich eins links Warte mal Neben dem schwarzen Loch Neben dem schwarzen Loch Neben dem schwarzen Loch So wie ich es nicht Warte kann die Biene vom schwarzen Loch aufgezaugt werden Ne können sie nicht Ich hab schon ausprobiert Oh scheiße Nein Oh Nein Warum bin ich gesprungen Was denn Marcel Digga Wormundlich was machst du Dieses schwarze Loch hat mich umgebracht Natürlich Guck hier Digga dann deine Chance Digger Dominik Ich wollt doch nur in die Kanone mann Die Kanone wollte mich nicht Digga du bist außenrum von der Kanone durch Bei mir nicht Ui Ui Der hab ich viele Münzen Komm Guck hier komm Du machst mein Dig Nein Keine Münze Machst du Doppelmünze Go Guck hier go Schwuchtel GG wer den Pärser bekommt Ja Yeah Marcel John John Hallo Diggered schon Diggered schon Marcel Was macht Marcel denn da Was macht Marcel denn da Was macht Marcel denn da Dieses Timeluck schon wieder Dieses Timeluck schon wieder Hör was hab ich gewählt Ich glaub wir haben geduped ne Marcel ist immer der letzte Digga Ich glaub wir haben geduped ne Nein 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 Vor allem immer Vor allem immer Vor allem immer Ich glaub mach wenigstens das dann das Black hole kaputt oder so Wow jetzt kann man die Coins gar nicht Oh das ist Oh 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 Ah Hi John Ich hab probiert Speedrun zu machen Oh Oh Wait what Man kann nicht stoppen in die Galone Das fang ich nicht nochmal ab Marcel da Was Wie bist du nicht tot Marcel du Hacker Marcel du Hacker Marcel 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 du Hacker Voll im Hacker Na ja bei euch Vielleicht wurde ich bei euch verbrannt Aber nicht bei mir Ab geht's Ab geht's Du musst du mir hier nochmal ziehen Komme nicht Hehehehehehe Lass ja du bisschen Huren zogen Wenn du das hast Ja wenn du das machst Du bist du Huren zogen Der Was macht ihr denn Mach's auf den Kleber Mach's auf den Kleber obendrauf Das ist die Digga Ok Haa Es ist die zweite Person die nicht meinen Namen lesen kann Du wolltest es auf den Kleber haben Hi Hehehe AAAAAAAH Was hilft Ach belastend Hätte jetzt wirklich unmöglich machen sollen Hop hop Ähh Ähh Copies Ähh Ja Jetzt die zweite Person die nicht meinen Namen lesen kann was er macht was er macht was macht die blaze die blaze die blaze das ist unlöslich die pfeile immer wenn die pfeile dann nicht kommen ist das feuer da meine frage warum warum ist es eigentlich so dass die pfeile ja ja ok spring noch mehr weg so ist es so dass das manchmal eine kiss der wälder ja finde ich so ist rot ich dachte ich habe die reale stacheldraht und schiss also können wir jetzt mal krollen warum manche devils und stacheldraht ist und manche nicht Wir platzieren dasselbe Eine Partybox? Ja Partybox platziert ihr Ja Versteh ich jetzt Ihr habt doch gesagt, diese eine Partybox da Was für eine Partybox? Ja, da Ihr wisst doch was ich mein Nein Die Box Die Skins rausbekommen Achso Ja weil die Weil ich ja auf der Map kein Fragezeichen war Deswegen Wie meinst du? Es gibt nur gewisse Maps die ein Fragezeichen haben Da kriegt man so eine Box Ah wie geil Ja mach so ein bisschen Ja mach so ein bisschen Ja gut Der rollt einfach weiter Ich hätte es schaffen können Wäre ich nicht weitergerollt Hätte ich es geschafft Ja aber du hast jetzt eh gewonnen Danke für den Win Und ich musste ja nicht mal was Schlimmes machen Ich wollte doch eh nicht gewinnen Komm lass uns noch gewinnen Lass uns noch gewinnen Marcel komm Komm Wir regen uns nicht hin Regst uns einen Win Digga Komm Zu die Punkte Komm mach mach es unten Mach es unten Mach es unten Waage recht unten Dort wo du vorher warst Ja genau Damit wir es schaffen Komm Ein Win Gönst uns Bei wen 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 Dominic Nein Ich hab die Winze nicht bekommen Ich hätte beide Münzen bekommen Ich hätte beide Münzen bekommen Hier Windmühle Hä? Windmühle Beispielsweise Es labern mehrere Maps Windmühle Oder hier Metallfabrik Oder hier Pio Ich hätte gesagt jeder auf ein Fragezeichen Dann wird es random sein Ich hätte schon gerne Bock auf die Brücke Ja geh du halt auf Vulkan Wir haben noch drei Weil ich nämlich den Großteil von mir freigeschalten hab Du kannst einfach auf irgendeine Map gehen wo du willst Du kannst einfach auf irgendeine Map gehen wo der will Ich bin ehrlich Nein Ich hab hier Metallfabrik Ja die Metallfabrik Die war gut So wo ist die Kiste? Egal wer die Kiste bekommt Es ist ein random Skin Zwei Kisten? Zwei Es ist Skin oder Map Also Für die Person oder so Ne für eine random Person Das ist eine Ich hab Ich hab Und es könnte was für dich sein Sprit nein Nein Ich wollte doch nur die Kiste holen Ich wollte doch nur die Kiste holen Digga Marcel holst du noch die Kiste weißt Ja Machst du halt eine doppelte Wundfahrt Ja Ja Geil Für wen? Für Jordan eine Map Ja Eine Map Eine Map Meine erste Map Eine Map Meine erste Map Nee du hast doch eine Spurl Ja John hat schon ganz sicher eine Ne Der hat noch nicht mal eine Sache bekommen Nein Der hat noch nicht mal eine Sache bekommen John hat noch keine Map bekommen Vielleicht Iceberg ist meine erste Map Ja Felix hat schon freigeschaltet So hab ich es gemeint Geil Ja, ok. Marcel! Hallo! Danke! Wollt schon sagen. Wollt schon sagen, wie komm ich nicht drauf? Nein! Ja, bieden! Ach Gott. Nein. Nein. Das bringt ja nix unten. Sing. Na dann viel Spaß. Du musst mal gucken welcher ich bin, ne? Nein! Es... Es hat mich jetzt nicht im Ernst umgebracht. Oh 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 oh! Nein! Boah! Boah! Ey, boah! Ah, danke. Die Führung. Die Führung. Ja, nix. So nix für Asalami. Ja, ich und Kuki haben einfach getradet, ne? Weg geht. Weg geht einfach, Digga. Es ist ne ungünstige Position. Jede Hand verkackt, Digga. Jede Hand verkackt. Scheiße. Scheiße, kein Müller mit dem Hawaii-Hemd, Digga. Scheiße. Ja, weiß. Natürlich! Oh! Was? Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's nicht gesehen! Oh oh! John, wie... Ich hab's nicht gesehen! Ich... Ich hab's nicht gesehen! Digga, nein! John John John! ja ja ich hab's nicht gesehen was er bekommt noch einen Fall was ich hab's nicht gesehen so eine Kacke was ich hab was gewonnen was ich hab ein Game gewonnen komm 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 Felix hier drauf hier drauf Felix hier drauf Felix hehehe hehehe was hehehe 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 wie viel Luck kann man haben Digger was ist denn ein Pfeil Digger hehehehe hehehehe ja waz waz hehehe oah waz aaaaaaah aaaaaah 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 so anlagg geht's geil ey das ist machbar ne da muss noch eins dran da muss noch eins dran ja das ist machbar ne wollt ihr mich jetzt hassen nicht jetpacken nicht jetpacken nicht jetpacken bitte nicht in der Mitte weg bringen was triggert mich grad am meisten nein Cookie bist du dumm hm Tassi Cookie du bist doch nicht dumm hehehe 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 jaaa ja was er macht neiiiin oh ein Fieger aus was war das denn was war das denn was kann ich nicht mehr hin hehehe hehehe wieso kann ich das nicht mehr hin hehehe hehehe oh 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 hehehe es kommt bitte neiiiin 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 jordan nehm ich mit dank jordan oh dank du ahhhh ich dachte schon der ist weg nico was ich hab mehr Wüns als Cookie und Marcel äh was lauer hast du denn vor dir hä als ich und als ich und Marcel ja als du Marcel let's go hm hä hm Tämer Cookie diggar jaaaaa was der hat was er macht digga apro achtung nicht am spawn stehen bleiben h essence warum liege da die ganze Zeit runter ich kann es nicht mehr sks uin 様 hör du bist also gay digga du kannst nicht entgegen glauben du Leid es einfach runter. Da kannst du nichts dagegen machen. Genius. Nein, nicht schwarzes Loch. Wir haben das gedrückt, ne? Nein, ich hatte das... Bis du. Dann machen wir's... So? Wohin kommt denn das schwarze Loch? Nein. 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 Nein, Jordan, nein. Nein. Nein! Nein! Ey, ne... Ey, bleib nicht da stehen, Marcel, du bist tot. Ah, ne. Warte, was? Halendensuche. Ey, ich hab ne Trophäe, Halendensuche, Digga. Weil ich so oft ins Links geflogen bin. Geil. Nein, auf. Da, Marcel. Was? Die scheiß Schlange. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Äh, äh, was? 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 Gibt's Rippe, Sigga. GG. Wieso hab ich immer dieses Drecks Timelack? Uhhh. Ich fick euch. Borst hatte? Was? Was? Fakt mich am meisten ab? Fakt mich am meisten ab? Ich würde mal sagen, das dann. Nein, jetzt ist es so einfach. Trust me. Felix! Ich versteh nicht, was die da gemacht hat. Scheiße! Ich dachte, das ist vorher. Scheiße. Okay, dann guck dir eine schwarze Dach an. Warte schon! Hi! Ach, Digga. Was ist denn? Äh? Warum ist der Bildschirm? Ah, Felix ist da oben. Jetzt ist der Bildschirm. Was? Es ist es, Digga. Schaut mal den Meister bei der Arbeitstür, okay? Ich hoffe, du wirst jetzt den Quetsch. Warte. Warte. Der beste! Hey, Digga. Hey, warte. Ja, für mich selbst. Das ist gut. Noch eine Trap, noch eine Trap. Jupp! Gedjuped? Let's go! Let's go, Jungs, let's go! Let's go! Let's go! Oh! Oh! Ich hab mich selbst gekillt! Ich hab mich selbst gekillt! Wie will Marcel das schaffen, wie will Marcel das schaffen? Trust me, man! Wie will er das schaffen? Es bewegt sich ja! Für Glück, was? Hilfe! Was? Ist ein Glück? Jetzt kommt die Hölle! Äh, wie? Ja, okay, doch, das geht doch. Dieses Schwarze Loch fickt du Alpha-Halice! Fick dich! John, du bist ein Hurensohn! Schwarze Loch ist meine Priorität, Digger! John, du Hurensohn! Und Eis-Puck-Auto! Ich hab's geklaut, Digger, aber ganz mies! So! John, John, gib wieder Kleber! John, gib wieder Kleber! Mach da dran, mach in der Mitte da dran! Auf der Seite hier! Hä? Ihr könnt's nach unten hin! Ihr könnt's nach unten hin, das Teil machen! So? So, ja, mach mal! Bleibt das so Kleb? Nein! Du schießt falsche Richtung! Ehrlich? Ehrlich? Ja! Ja! Na kommt, macht ihr! Immer an derselben Stelle, Digger! Boah, der bleibt da dran, Digger! Aber guck die, wie useless! Guck mal! Guck mal, wie useless! Guck mal, wie useless ist es, Digger! Geil, jetzt hab ich das erste deutsche Fernsehen angemacht! Digger, warum ist das schwarze Loch weg, die beiden? Haben die weggefrankt! Ach, Jungs, Digger! Boah, Digger, wie weit! Easy, das packst du noch hin! Ich esse euch! Ja! Richtig auch! Ja, ich bin unten links! Geil! Sollen wir noch mal Metallfabrik machen? Ja! Bin ich auch hier! Aber jetzt zeig ich euch, wie es geht sogar! Ich bin für Urwald! Felix! Felix! Was ist das? Ah, wo ist Cody, Digger? Wo ist Cody, der Lauf? Ja! Lauf mal gezeichnet! Geil, die Klappe! Geil, die Klappe! Geil, die Klappe! Geil, die Klappe! Du, die Klappe! Geil, die Klappe! Komm! Oh, ich werde alles zu klein sein mit schwarzen Löchern, Digger! Ich werde keinen Spaß mehr haben! Hm, ok! Ja, das ist mittendrin Weg! Das ist gut! Dominik? Ja! Na, schau! Tic-Toc! Ich bin eingeladen in GTA, du ja Ich überleg noch Was musst du daran so lange überlegen? Ich bin herrlich Einfach an Sanktus Yeah Ist okay, Bro Für Nightshot Was, Digga, was? Das brauch ich doch Iroh des Huhns Na geil So Öpne, tot Wuh Wie bist du nicht gestorben? Let's go Das Huhn, Digga Pots Das fliegt einfach förmlich No Cam Was hab ich denn? Ah, die Kreiszeige Jetzt kommt aber wieder Kreiszeige, gar keinen Bock Oh, Digga Digga, komm ich langsam runter Ah, Felix stirbt Äh, Felix stirbt Ach, Digga Äh, Felix stirbt Digga, was ist das denn? Digga, was ist das denn? Ich kenn dir Fallenpunkte Hä? Das ist Felix Und dann packen wir Ui Huhu Du Scheiße Mach ma's so Ich hoffe, ihr verkackt alle, Digga. Warum denn? Kucki! Nein! So ein Schwiebeln für Marcel. Sie ziehen, sie ziehen. Ja, nochmal, warte. Digga, er kommt mit den feinen Punkten ins Ziel, habe ich das Gefühl. Mach was unmögliches. Oh, wenn es Felix in den Sieg bringt, nee. Ich will ja nicht, dass du gewinnst, Digga. Marcel, dreh mal bitte rum, ich mag was ausprobieren, da drüben. Ja, lass mal mit Coin spielen, Digga. Ey, du bist gay, du bist gay. Hör auf. Hör auf, Marcel. Ja, okay, jetzt kann ich es machen. Ja. Fui. Ich habe da was fabriziert. Ich hab da was fabriziert. Ich hab da was fabriziert. Ja, John, viel Spaß. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt wird's. Ah, okay. Ja, ich verstehe den Timing von dem Ding. Digga, was ist das denn? Scheiße, ey. Ja, das Ding basiert auf Timelight. Ja, das Ding basiert auf Timelight. Ja, das Ding basiert auf Timelight. Marcel, ja komm, 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 bitte Marcel. Mach Kleber. Oh scheiße. Er will ist ja unbedingt. Danke Marcel, ist dein Herz. Was? Jetzt musst du Glück haben, zu überleben da. Jordan, feste schon. Ah! Ja, guck, ey. Ah! Was? Was? Hacker. Das ist Marcel. Der meiste bei der Arbeit, Digga. Der meiste bei der Arbeit. Nein. Nein, unsere Arbeit, John. Guck dir unser Werk an. Ja, dieser Kleber. Ich hasse Kleber. Ich hasse Kleber in diesem Game. Ich hasse es. Oh, Triple Falle. Triple Falle. Hey. Klasse, John. Hey. Ja, gut. Ich hab gehört, jemand will das sehr schwer haben hier. Oh, ich hätt was machen müssen. Schade, ich hab's gerade gesehen. Oh. Oh. Ich bleib an dem Ding da oben hängen. Oh. 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 Felix, soll ich stehen gönnen? Ach. Oah ne. Ach, hier stein schon weg. Was ist das denn? was ist das denn? Tu das Teil da oben weg. Tu das, tu das gerade da oben weg. Danke. Schade. Was hab ich von Marcel ist sein geleist? Nein. Oh, hattes Marcel eben gesehen. nein ich habe das ganze recht zu ihnen gelegt aber gut ich hasse dieses ding du nicht du bist nicht mal so weißt du bist das ist ein sturm grad der wilde meister wir müssen die anderen blockieren wir müssen zusammen okay wollen wir die construction wieder bauen mit felix zusammen oh mein Gott wir können so die heftige construction bauen John komm komm mach da dran nein nein Felix sei es davor noch ah nee Felix Place Place wohin na einfach irgendwo warte an Mainz dran an Mainz dran schade ne obendrauf muss das was was und das ist mir jetzt was das ist mir was nein oh oh süß diga oh boh okay oh das geht kaum da durch zu kommen was macht nothing da ich will die Map grüß haben hallo ja so danke was macht nothing da diga so wie komm ich da durch gar nichts ja Felix hat gehackt junge dann muss ich da irgendwie durch das gott positioniert diga Felix hat das game durch studiert ding jetzt wafel du schaust es doch eh nicht diga jetzt bist du tot nicht sie kräfte ich vor so ein schmutz game krr hab ich ich bin auf der plattform normal gelandet wie komm das ding war weg und die sterbe trotzdem so ein schmutz game Degg Wollte ich nicht die Flagezeichen, Degg Warte mal, warte mal Wie macht man seine Karte neu? Also ich will nicht mehr zu ihm sein Was geht? Ich hier drüben Ich steuer hier bei den Teilen Ich kann zum Beispiel zum Stinkti werden Äh, okay Ich weiß, welche Map ich Ah, ich kann zu niemandem werden Ich hab hier überall Null Es gibt keine Map mit Fragezeichen, John Ja, weg zu mir Warum keine mit Fragezeichen? Alles außer Wasserfall Ja Wir sind voll Das ist das Problem Du kannst halt nicht mitspielen Es geht nur zu Fürth Ja Eins, okay Nicht unbedingt Weißt du überhaupt Spock hätte Felix? Was? Wenn man wieder Doppelpicken könnte Schon das geil Degg Mit zwei Dingern? Ja, zwei Boxen Was? Ich hasse das Ja, John, für dich ist Hasenfreig schön Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Danke Okay Ja, ich hab auch Hasenfleisch Ja, mit dem können wir jetzt eh schon spielen Ja, das war schon ehrenlos Das war schon ehrenlos Ich darf nicht ins Ziel kommen Wenn ich nicht die Kisse Ich wollte für den Wind gehen, Digga Aber ich hab die Kisse nicht gefunden Deswegen das eigentlich nicht Hä? Die Kisse hast du schon eingesammelt? Ja, ich hab gerade den 20 doch weggenommen Nee, ich hätte es vor dir einsammeln können Felix, find ich nicht so cool Hab ich auch an, dass das ehrenlos ist Ja, Quick, ich hör dich Was soll ich machen? Ah, geh mal weg damit Die Stange wird reingeklossen Hä? Hä? Hahahaha 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 Hier, schaut meine Skateboard Moves an Ey, verpiss dich mal Ich bin zu schlecht für das Spiel, so Zumindest für die Map Oh oh Das war ganz knapp Das war ganz knapp Das war ganz knapp Wie hab ich das überlebt? Warte, wir haben... Nur ne Frage, wie hab ich das überlebt? Digga, die Frage ist nur Underdog Felix War doch mit Absicht, Digga So mal So placet man schwarze Löcher, Felix Und fällt nicht selber rein, du Krieg Dann kann ich das schwarze Loch einfach da dran placen? Nee, 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 nee Zeh ich doch? Wäre vielleicht schon möglich Doch, das geht glaube ich sogar Das geht glaube ich sogar Okay Ja Nein Ich fick Seid ihr dumm? Nein Ich machs nicht Und das nächste ist nochmal Okay Pfff 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 Dieses schwarze Loch zieht mich so runter Nee Cookie mach den Play Nein Ja das ist Cookie hat mit einem GG Aber in diesem Lagas Alter war es so ein feil mit mir Heillo Wir wollen zerbrechliche Blöcke. Das ist egal, Digga. Ich muss erstmal da drauf kommen. Oh, Digga. Was ist? Digga, könnt ihr mal aufhören, so dauerhaft zu schreien? So hört ihr euch an, Digga. So hört ihr euch an dauerhaft. Nein, schade. Ey, scheiße, scheiße. Dominik. Komm. Oh shit, das war close. Jordan, hast du Bock mal zu kommen? Ja! Ich bin bloß Anfänger in den, Digga. Das heißt, es misst sich über mir. Und ich kann dieses Game, oder was? So geht's auch. Ja. Ja, Falle. Let's go. Ja, Mama, mach ich. Bitteschön, Papa. Sacka, Sacka, Digga. So, wohin platziere ich das jetzt? Komm, komm, ja. Felix, komm. Nein, Felix. Ja. Ey, welcher Hurensohn. Ich glaub, Jungs, einer ist da tot. Ja, Dominik. Gerade noch so. Ah, okay, die schwarze Laufen. Es will uns. Es bringt uns um. Ich hasse diese Map. Du bist mir ein bisschen zu sehr am Arsch, Digga. Ich hasse diese Map. Marcel, Digga, ich bin scheiße. Ah, und ich hasse diese Map. Ja, ich mag sie. Ich mag sie, ich gewinne bei, ja. Ja, aber ich kann nicht klettern in dem Game. Kann man mal kurz mal callen? Also muss man x-spanen, oder muss man x- Also ich probier immer x zu timen. Ja, das mach ich auch meistens so. Ich verreck immer. Gibt's noch ne Map? Es gibt ja nur eine Map mit Freizeit. Ich hab Bock auf Brücke. Wir könnten Urwald alle machen, weil... Ist ja eh das einzige mit dem Freizeit. Ich hab Bock auf Brücke. Auf einmal gewinnt Felix. Das wäre höchst belastend. Nein. Glück gehabt. Ich dachte, Herr Schiff. So. Ein Paket. Krass. Lass mich raten, das wird für Dominic sein. Oder für Felix. Für Felix, Digga, es ist für Felix. Oder für Felix. Eins von beiden. Vomini. Du TikTok-Sucht. Nö. Wollen wir mal nicht so sein, okay? Oh. Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Was denn? Nein, nein, nein. Guck mal, hier ganz vorne, Digga. Wir können uns nicht schaffen. Den Jump. Nee, nee, nee. Er macht's dort hinten. Das reicht, das reicht. Aber das ist okay. Es ist doch egal, wenn wir es nicht schaffen. Die Kiste hätten wir ja. Oh, 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 was ist? Outfit für Felix schon wieder. Outfit für Felix schon wieder. Warte, Felix gewinnt instant. Oder? Nein. Aber so wenig? Hey, es ist eine Münze. Ja, mit einer Falle. Ja und? Die Falle bringt kaum jemanden um. Außer hier wäre alles vollgestellt. Was aber nicht. Ja, Marcel, Marcel, mach mal wieder. Nein! Achso, 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 achso. Der hat das Game studiert, Digga. Er ist Speedrunner, er ist Speedrunner. Achso! Achso! Ja! Digga! Wir kämpfen nicht gegeneinander, wir kämpfen gegen Felix, so ein Ding ist es. Nein, nicht nochmal durch. Nee, ich lass den nicht nochmal da durch. Ja, Quick. Ja, Quick. Quickie. Ah, schade. Wieso bleibt ihr da nicht stehen? Hä, John, du wurdest bei mir komplett gehittet. Bei mir auch. Ja, Quickie. Was? Moin, Job. Ja, lass ich euch ein paar Punkte. Wie viel kriegt man? Hey! Ah, ja, 100.000 ist nix, Digga. Jetzt spiel ich Tetris. Was nehm ich von den... Jetzt muss ich Tetris spielen. Was nehm ich von den... Was nehm ich von den Beinen? Neh mal das. So, warte. Wir spielen mal 1-1 Tetris. Warte. Cool. Hahaha. Was los? Ich fick mich damit zwar selber, aber... Och, nee. Hä? Wof, 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 wof. Ich hab mit... Ventilator gemacht, Digga. Ja! Das war ich. Das war ich. Wenn's perfect timefickern kann, kann ich das easy machen. Ich sag, da fällt jemand ein. Oh, nein, ich sag, der dreht sich im Theater. Ey. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ey. Run! Ey. Ich... Ich... Das... 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 Dominik, heilt das Maul. Halt einfach dein Maul. Was? 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 Den Maul. Jordan. 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 Guck mal, was wir in Five hätten. Ich mach. Der ist ja Wasserstrahl. Ey. Der ist ja Wasserstrahl. Der ist ja Wasserstrahl. Wo geht der hin? Was macht man selber? Mach doch an der Stelle das Holz, wo du die ganze Zeit stirbst. Nein. Unschuld. Ja. Okay. Ich hab's verstanden. Oh, fuck. Ja, das war's, Cookie. Ciao. Ciao, Cookie. Ciao, noch mal, Nick. Hä? Hä? Kommt denn nochmal? Nice Hex. Nice Hex. Nice Hex. Nice Hex einfach. Nice fucking Hex. Ja, Cookie hat gewonnen, oder? Ich würde achten, wenn da auf einmal nochmal anrollt. Ich würde achten, wenn da auf einmal nochmal anrollt. Der kommt nicht immer nochmal, aber ja, gut. Marcel. So, wo ist die Nix gegen eine Falle? So, machen wir's so. Ich sterb erstmal schnell. Arsch avoir nicht weg, Style. Und das nicht eher nie aufschleuert, sparschen für den dieser Universe. Sperate zu können. Ihr hört gar nicht hin. Das war mir 잘못ουμεyn oder das. Arschmer lumber تو. performers, kann gar nicht kapasitieren, wenn der diese nochmal Ich bin durch, Digga Ok, da komm ich nicht hoch, schade Gut, jetzt warte ich noch eine halbe Ewigkeit Fresher Moves Ist eigentlich immer Rindam? Ob ein Strahlzeichen da ist oder nicht? Die Maps sind Rindam Du schaffst es nicht, Marcel Du kannst es nicht teilen Doch Easy Ui Ja, ich bin vor Felix Jetzt kann alles unmöglich gemacht werden Jetzt kann alles unmöglich gemacht werden Warte, wie viele Punkte? Schade, fehlen noch ein paar Punkte für Jordan Hm Ja, Marcel, Digga Wie muss ich letzter sein, oder? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen sollte mit dem Jordan, mach doch ein bisschen höher, dann ist es ekelhaft, oder? Jordan, Jordan, lass es auf die Auf Punchdingel schießen Hä? Auf die Hülle vom Punchdingel Es wird schon so oder so aktiviert, Idiot Ja, aber es wird nicht immer aktiviert, Digga Ja, aber es wird nicht immer aktiviert, Digga Von wem witzig feißer kochste Du im Falle, Digga Achso Hä? Dann jump dein Fall in das Ding rein Na, come on Deine Chance zu gewinnen Bitte gewinnen Deine Chance zu gewinnen Ja Ich bin noch am gewinnen Ja, aber das wird dann der Safe Sieg Und nicht der mögliche Oh, Baby Oh, Baby Ja, aber das wird dann der Safe Sieg Und nicht der mögliche Speedrunner Wieso ist der nicht gejumpt? Welcher Hurenzone hat mich mies getrappt gerade Wieso ist der nicht gejumpt? Welcher Huren war das? Digga, ich drückjumpen Nee, der geht erst mal dagegen Nein, so the fuck Ich mach uns jetzt ein Geschenk, okay Es ist unmöglich Es ist unmöglich, das geht nicht Jawohl John, Sasch, wurde aufgepiekt Was gehts? Nein, das geht nicht Die einzige Möglichkeit ist, dass jemand die Beanbarbe triggert Nee, auch nicht Du kommst ja nicht auf die Beanbarbe Ja, warum kommt da nix? Das geht nicht Du fass, wenn du wirklich krass bist Kommst du mit Viereck aufs Fass Ja, das denk ich mir aus so Das denk ich mir aus so, aber Komm, Charles Die mit Viereck aufs Fass, das geht nicht Ich triggere halt Ich triggere halt das Ding Du kommst am Rand des Fasses und dann springst du hoch Da kommst du nicht durch, Marcel Du kommst da nicht durch Man könnte schon durch, nur ist es sehr schwierig Nee, man kommt nicht durch Jetzt muss ich nur noch Explosive wegbekommen Komm, 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 komm Yeah Egal Ab gehts Lasch mit der Beanbarbe dran Schade, ich hab gehofft, das geht am Arsch Ich hoffe, ihr sterbt alle Ja Okay, wie wollt ihr es schaffen? Jetzt, jetzt ist es Jetzt ist es possible Deine Chance Deine Chance, Marcel So, jetzt muss ich mal die Map genau begutachten Das Ding Du musst Momentum, wenn das Ding senkrecht ist Wenn es nach oben zeigt, da drauf springt, Digga Dann schaffst du's Das muss So könnte ich jetzt Jetzt muss ich nur noch Auf die Umdrehung warten Der Kleber Wie immer Dieser Scheiss Sag doch, wenn's nach oben ist Wenn's nach oben ist Nee, wenn's oben ist, dann ist's mies Dann komm ich komm durch Komm, 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 Explosive wegnehmen Natürlich lande ich wieder auf dem Kleber Ja Oba Blöd Weißt du was? Weg damit Nein, Jordan, nein Nein Ja, Jordan Ja Ja Ja, Felix Ja Ja Ihr würd's schon unmöglich machen, oder? Es geht nicht Es geht nicht Es geht nicht Es geht nicht Jetzt geht's Jetzt geht's Jetzt geht's Was, 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 was Jetzt ist es geht Jetzt ist es geht Äh, was, was Nein Wie soll man das? Du musst auf den Heulein drauf Und dann musst du auch Da drauf landen Und beim Neue Ballen ist halt Die Gefahr Der Meister bei der Arbeit, okay Lass mich in Ruhe Und ich zeig euch, wie's geht, Digga Hä Warum? Warum? Ich hätte alles nehmen können Aber warum nehme ich das? Guck, wir machen die Plays, okay? Äh Was hab ich denn? 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 5Head Äh Hä? Bist du dumm? Ihr wollt Ja, guck, ihr wollt das Ding aber haben Wollt sich Feinde holen Ciao, Marcel Ey, ihr kommt da nicht durch Ihr könnt hier durch die Ähm Stelle nicht durch Oh, äh Der Papierflieger hat mich gerade gerettet, ne? Ach, Digga Man hat es schaffen können Ne, doch, ist doch Ihr habt es unmöglich gemacht, Digga Meinst du? Jawohl, easy Dominic, du bist auf so einen Lappen Lass mal Dominic hartfokus nächste Runde Ja, lass Dominic nächste Runde fokusen Wie ist denn du mich fokusen, Digga Ich hoffe, es hat euch gefallen Sorry für die scheiß Sound-Quali Mikrofon ist einfach nur Müll Vom Laptop Ich hol mir was anderes vielleicht irgendwann noch Wird aber noch sehr lange dauern vielleicht Nicht? Das tut mir leid Ich sag' Bis zum nächsten Mal Ich hab' geschaut in die Beschreibung Tschüss